Herzlich Willkommen Kyu-so Ksenko Kyu-so Ksenko Hallo und herzlich Willkommen zurück bei einer neuen Folge Wird auf Warships mit Sam und Machim Genau Ja heute mal im Doppelpack die ARP Haguro Siebener Kreuzer Ich will immer Haruna sagen, irgendwie. Ja, irgendwie ist das hängen geblieben. Ich sehe was. Ja, wir haben 14 Sekunden Nachladezeit. Torpedos 82 Sekunden. Ja, da schauen wir mal. Lange nicht mehr gespielt. Vier Schlachtschiffe gegen uns. Ach, lächerlich. Wird in Atlanta. Ach, lächerlich. Haguro Power. Auf jeden Fall. So oft habe ich sie jetzt auch noch nicht gesehen. Nö, ich auch nicht. Ist ja unmenschlich, die Art zu erspielen. Aber wir haben es geschafft. Easy. Easy peasy. Bis zum 1. August hat man noch Zeit. Genau, bis zum 1. August. Bin entdeckt. Was? 15,6 Kilometer Reichweite. Ist jetzt nie so dolle. Nee. Aber ist ja ein Kreuzer. Ja gut, die Deutschen. Ich glaube, die haben 17 Kilometer. 16, 17. So, ich schicke jetzt einfach mal ein paar Torpedos raus. Okay, ich auch. Äh, ja. Nein. Macht er wirklich. Ja, bei 10 Kilometern sollte man das doch einfach mal nutzen. Hast du ja die Torpedos davon mal gesehen? Dann gibt es da so ein schönes, äh, rotes Licht. Nee. Explosionslicht. Sieht cool aus. Ich habe, ähm, Patums, Dings, Bums, L. Sieht man das trotz des Mods? Ja, ja. Aber nur bei Torpedos, glaube ich. Anders habe ich noch nie gesehen. Vielleicht, wo wir in der Insversenks generell. Keine Ahnung. Hätten das die Atlanta auf C. Hm. Was hast du unten eingestellt? Ich habe das Flugzeug. Katapultjäger und Hydroakustische Suche. Drei Sachen? Ich habe zwei. Zwei. Flug-Katapultjäger und Hydroakustische Suche. Achso, ich habe Katapultjäger und, ja, äh, bessere Flak-Mannschaft. Achso, hm. Nee. Reicht dazu, wenn das eh da hat. Ja, wo seid ihr denn? Wo seid ihr denn? Ich jag gleich nochmal Torpedos raus. Laden die so schnell nach? Äh, meine sind durch. Ja, meine? Oh krass. Naja, jetzt bin ich über eine Minute, also. Colorado. Die schießt, die geht rein auf uns, haha. Einfach mal losschießen. Naja. Und treffen. Oh, hier ist eine Niklas, oh Gott. Ich mache die Hydroakustische Suche an, da sind sie nämlich schon die ersten Torps. Eine auch. Aber die kommen schon immer rechtzeitig an. Aber ich könnte drüber, wenn ich schneller drehe. Meine Fresse. Haben wir aber Schwein gehabt, du. Ja. So, 10 Sekunden Nachladezeit noch. 5. Wyoming. Die treffen. Nicht. Da ist wieder der scheiß Zerstörer. Ja. Erstmal eindecken. Er fällt aufs Maul. Brennt, vier Ausfälle. Hm. Er ist gleich weg. Ja. Er hat sich gelöscht. Der kann nicht mehr viel haben. Ich glaube schon. Ja, aber immerhin. Wenn er weiter so fährt, kriegt er meine Torps. Du bist angeeckt. Ja, ich will. Jetzt ist ein Trap. Vier Prozent der Mistding. Genau. Der hat doch geile Sounds, muss ich sagen. Das ist mein U-Ming. Hm. Wieder bis innen treffen. Nö. Ja gut, ich habe das Modul eingebaut. Sieben Prozent weniger Streuung. Ja gut, das ist gut. Das merkst du dann schon. Ja, brennt. Brennt schon wieder. Colorado. Ja, ich muss erst mal umdrehen. Ich muss wegdrehen. Aua. Ich habe mich getroffen, aber keinen Schaden gemacht. So will ich das haben. Nicht schlecht. Auch nicht schlecht. Außer, dass meine Torpedos ausgefallen sind. Das ist einfach schmerzbar. Oh, lächerlich. Ja, Colorado kriegt jetzt. Na, 19 Kilometer. Das ist ein bisschen weit weg. Ich habe ja beide Colorado ist eine Reichweite. Ja, dann. Wir machen erst mal eine platt, würde ich sagen. Und die andere zünden wir einfach an. Ja. Ah, die Ene trifft halt nicht. Ja, wir sollten aber meine Base erobern irgendwie. Das ist schwierig, wenn jetzt wir Colorado rumstehen. Müssen wir mal hinfahren. Tja. Geht los. Zeko, schacki, schacki, schacki. Das ist geil, wie die 5-Geschützturme. Oh, das ist ein Nikolas. Brennt. 4.000 Schaden. Ach nee, die Atlanta. Ach, nö. Die Nikolas. Nervig. Atlanta ist nervig. Ich komme ständig nur Geschosse an. Ah, Nikolas ist auch nicht viel besser. Die werde ich gleich knacken. Yep. Sehr schön. Retten Sie Colorado. Au, 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 au. Da hinten ist die beschissene Atlanta. Die nervt mich übelst. 2 Colorado in New Mexico hier. Nö, danke. Nö, nö. Erstmal alles rausschießen, was geht hier. Ich hau ab hier. Die brennt erst mal. Gab schon ein Treff. Naja, drei Treffer hat es mir doch ein Schaden. Er hat sich gelöscht. Gibt es denn sowas? Das müssen wir ändern. Ich weiß nicht, wie weißt sie immer? Und sie brennt, ja, ja. Ah, ich rotze mit drauf. Ah, sie hat sich jetzt gerade gelöscht, also. Bei mir brennt sie noch. Ja, nee, vorhin. Ich habe sie ja gerade uns das dritte Mal angezündet. Ah, die ist klein im Eimer. Oh, hier kommen Torpedos. Oh, wow, wow. Schwein gehabt. Ah, eh, Treffer. Ist im Nebel verschwunden oder was? Mmh, und versenkt. Sehr gut. So, und gleich die hintere. Ja, das wird die Nikolas sein, die die ein bisschen beschützt. Drei Zerstörer sind unterwegs. Scheiß, die Wante. Was ist denn jetzt los? Zwei schwarzen Bildschirmen. Oh, oh. Na, da bin ich wieder. Baby. Ich habe neunmal die Schiffe schon angezündet. Drei. 43 Treffer, aber. Unser Team könnte ja mal zu uns stoßen, so langsam. Ja, die könnten eigentlich mal einfach nur mit den Base. Wir halten hier die Colorados in Schach. Ja. Oh, nee. Wir haben verloren. Ja, sehr ärgerlich. Ah. Ich habe neunmal in Brand gesteckt. Drei Mal, 37.000 Schaden bloß. 72.000. Das können wir besser. Das können wir sehr besser. Vielen Dank fürs Zusehen und bis bald. Tschüss. Drei Mal, 37.000 Schaden, 17.000 Schaden, 18.000 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 Schaden, 18